Hallo und willkommen bei Hardware Art. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 16, 2015. Laut Gerüchten lässt Nvidia nun auch seine Grafikchips bei Samsung fertigen. Vor ein paar Wochen hieß es ja noch, dass sie nur ihre Mobilprozessoren bei Samsung fertigen lassen wollen. Nun lässt Nvidia auch aber seine Grafikchips bei Samsung in 14nm-Verfahren fertigen. Also kann man ziemlich sicher sein, dass Nvidia Pascal im 14nm-Verfahren erscheinen wird. Bei AMD ist es ziemlich ähnlich. Sie lassen ihre Grafikchips von Global Foundries fertigen. Diese nutzen aber Samsungs 14nm-Technik. Also damals wie bei TSMC nutzen sie die gleiche Fertigung. Damit wird Samsung ein immer wichtigerer Chipfertiger. Es gehen immer mehr Kunden von TSMC weg und zu Samsung. Das kann sich aber auch schnell ändern, weil es gut sein kann, dass TSMC seine 10nm-Produktion vor Samsung startet. Allerdings wurde die Sache von Nvidia noch nicht offiziell bestätigt. Es sind wieder neue Informationen zu AMD 10 aufgetaucht. Und zwar wird 10 Cluster haben. Bei AMD Spulldozer waren ja praktisch zwei Kerne zusammen ein Modul. Bei 10 werden es vier Kerne zusammen ein Cluster sein. Allerdings natürlich anders. Jeder Kern hat seinen eigenen 512 Kilobyte großen Level 2 Cache und ein Cluster hat 8 Megabyte Level 3 Cache. 10 soll ja maximal 16 Kerne haben, also maximal vier Cluster. Das bedeutet aber wahrscheinlich auch, dass es bei 10 keine Dual-Core-Prozessoren mehr geben wird. Ob die Cluster Sache Leistungsnachteile bringt, weiß ich nicht. Allerdings kann man sich auf jeden Fall schon mal auf AMD 10 freuen. Der Fingernagel könnte bald zum Trackpad werden. Das soll jedenfalls ein künstlicher Fingernagel machen. Das soll dann so funktionieren, man klickt sich so ein Trackpad-Teil auf den Daumennagel und kann dann mit drüberwischen die Maus steuern. Die Idee dahinter ist, dass man nicht seine derzeitige Tätigkeit unterbrechen muss, um zur Maus zu greifen. In diesem winzigen Trackpad ist ein Akku, eine Sensoroberfläche und ein Bluetooth-Modul. Allerdings gibt es gerade noch Probleme mit dem Akku. Wann sowas rauskommt, weiß man noch nicht, aber der ein oder andere kann es schon irgendwie gebrauchen können. Wikileaks hat zehntausende Dokumente von Sony veröffentlicht. Mit dabei sind auch interne Mails und persönliche Informationen zu Mitarbeitern. Insgesamt 30.000 Dokumente und 173.000 interne Mails. Wikileaks sagt dazu, sie stünden im Zentrum eines geopolitischen Konflikts und müssten deshalb der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Sie stammen aus dem Sony-Hacks, der Ende letzten Jahres bekannt wurde. Damals hatte die USA ja Nordkorea deswegen beschuldigt. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um einen Racheakt wegen Sonys Haltung zur Internetpiraterie und die Vorgehensweise gegen Kim.coms Mega-Upload. Der Panelhersteller Sharp zeigt ein 5,5 Zoll Display mit 4-fachem Full HD, also 3840x2160 Pixeln. Natürlich soll es ein Smartphone-Display sein, aber ist auch für VR-Brillen ziemlich interessant. Insgesamt ergibt es ja eine Pixel pro Inch von 806. Das ist doppelt so viel wie beim iPhone 6 Plus. Allerdings wirkt sich das auch sehr stark auf den Stromverbrauch aus. Nicht nur, dass das Display mehr Strom brauchen wird, die Komponenten müssen auch mehr leisten, um eine so hohe Auflösung anzeigen zu können. Die Serienproduktion soll dann im Jahr 2016 beginnen. Das war's dann mit den Techn-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihn einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.